Okay, meine Freunde, letzte Folge GSP Airsoft 2013. Los! Okay, war ein krasses Jahr für uns. Ich halte das jetzt kurz, krasses Jahr. Wirklich. Unglaublich. Unglaublich. Nein. Doch. Wir haben es geschafft. 2013 ist vorbei. Und es war für diesen Kanal wirklich, wirklich sehr eine Höhenfahrt, sagen wir mal so. Es ging immer weiter steiler nach oben. Immer weiter und immer weiter und immer mehr Abonnenten. Immer mehr von euch sind dazugekommen. Was natürlich mega, mega Bombe ist. Jo, und dafür kriegt ihr auch gleich noch ein kleines Geschenk. Nicht jeder, aber der Gewinner. Gewinnspielzeit. Richtig, meine Freunde. Ja, jetzt haben wir auch die anderen etwas größeren Airsoft-Kanäle überholt. Nein. Aber das schmeichelt mir natürlich. Früher der Neueinsteiger. Aus dem wird eh nix. Ja, wenn ist leider... Ben kann leider heute nicht hier sein. Oder zumindest nicht im Video mitspielen. Da ich ihm das einfach zu kurzfristig... Da ich ihm das einfach zu kurzfristig mitgeteilt habe, dass ich doch noch ein Video von ihm bräuchte. Aber er arbeiten ist und jetzt muss ich das ja alles schnell auf die Beine stellen. Aber es klappt ja sowieso immer bei mir. Gut. Ja, von ihm auch ganz liebe Grüße. Und er findet das einfach klasse, dass ihr ihn so... Was heißt? Ja, dass ihr ihn so unterstützt. Wisst ihr? Er hat ja ganz neu damit angefangen und so. Und jetzt ist er auch schon wieder ein Jahr bei mir. Über ein Jahr sogar jetzt schon. Richtig cool auf jeden Fall. Jo, das dazu. Schön. Aber das geregelt. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Gewinnspiel, was ich vorbereitet habe. Nicht nur ich, dazu gehört noch ein Typ, der auch jetzt mit ins Team gekommen ist. Und zwar ist das der gute Tommy P. Der Mechaniker von GSPR Software, persönlicher und Benz. Cooler Typ. Äh, jo. Ich sag euch sofort. Unten in der Beschreibung ist der Link zu seiner Facebook-Seite. Da solltet ihr auf jeden Fall schon mal auf die Fett mitdrücken, wenn ihr wirklich an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Was es zu gewinnen gibt. Jo, sag ich jetzt. Okay. Ich hab wieder überlegt. Machen wir es wie letztes Jahr. Minde Frisse. Ich hab wieder überlegt. Machen wir es wie letztes Jahr. Und nehmen wir so ein paar scheiß Autorammkarten. Und kritzeln da meinen Nabel drauf. Aber das kam mir irgendwie wieder zu mega blöd. Und ein Superstar bin ich ja auch nicht. Also, haben wir das gerade geregelt. Es geht um, wie nenne ich sowas, Waffenverbesserung, Waffentuning, legales Tuning natürlich. Ihr könnt bei dem guten Tommy P. eure Waffe ein bisschen modifizieren, aufmotzen lassen. Im Gesamtwert von 60 Euro. Das übernehmen natürlich wir hier, GSP Airsoft und der gute Tommy P. Und ja, was ihr da zum Beispiel jetzt dann verbessern könnt. Oder was da so gemacht wird, das sag ich euch mal eben. Zu diesem Tuning gehört dann einmal das TFC Tune-Up Zylinderset. Das TFC Piston mit Stahlzahnreihe. Und eine M120 Feder. Da sind wir dann schon bei 60 Euro. Das wird verbaut und natürlich noch die ganze Waffe abgedichtet und so weiter. Alles mit drinnen. Also, der Gewinner wird das dann bekommen. Wie schon gesagt, wird alles übernommen von GSP Airsoft und dem guten Tommy P. Also, bitte erst auf die Seite gehen. Und bei ihm gefällt mir drücken, weil dort wird das dann nachher alles geregelt. Yo. Ja, gemacht werden kann das natürlich nur bei SAEGs. Also bei Waffen über 18. Tut mir jetzt leid für die ganzen kleineren Jungs. Aber das können wir leider nicht machen. Also nur bei SAEGs über 18. Auch keine GBBs oder sonst was. Wirklich nur elektrisch betrieben. Jetzt fangen wir auf zu die Drehmitte. Aber das geregelt. Ja, was müsste man machen? Ich bin ja kein großer Freund von irgendwelchen komplizierten Sachen, die ihr da machen müsst. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Frohe Weihnachten. Und ein schönes neues Jahr. Oder überlegt euch was. Das ist mir eigentlich Wumpe. Und natürlich jeder nur einen Kommentar. Jeder nur einen Kommentar. Verarscht mich nicht. Ich passe da auf. Ich habe schon mal aufgepasst. Und ich habe mich verarscht. Also bitte jeder noch einen Kommentar. Und dann läuft das Ganze auch. Jo. Den Rest regeln wir dann nachher. Gehen tut das Ganze... Ähm... Bis zum... Gehen tut das Ganze... Dezember... Machen wir mal nicht. Januar 2014. Das ist ein Freitag. Dann machen wir das. 10. Januar. Ist Schluss. Da wird der Gewinner bekannt gegeben. Also solltet ihr mindestens bis zum Donnerstag, den 9. Solltet ihr mir da frohe Weihnachten hingestiegen haben. Also komm. Dann ist Weihnachten schon wieder drei Wochen her. Kriegt ihr hin. Gut. Gut. Ja. Das war es dann jetzt auch generell von GSPS. Wir verabschieden uns jetzt erstmal bis zum 10. Und... In der Zwischenzeit... Werde ich einen Trailer hochladen. Einen Trailer. Pass auf. Wir drehen einen Film. Wir drehen einen Film. Der wird sogar diesmal ein bisschen professionell. Mit mehreren Darstellern. Der kommt dann im Februar raus. Und ich werde zwischendurch immer so ein paar Trailer hochladen. Was heißt ein paar? Insgesamt zwei. Der erste kommt jetzt im Januar. Und dann geht es immer so weiter. Und im Februar kommt der dann raus. Ja, da ich sehe, dass jetzt gleich die Zeit abgelaufen ist, verabschiede ich mich. Frohe Weihnachten. Alles Gute. Fürs neue Jahr. Joghurt, GSPS, auf. Tschüss. Tschüss.